Hey YouTube, was geht ab? Wir haben heute die Empfindlichkeit von ein paar Pros ausprobiert, unter anderem Spoilt, Bolo und Shaiko. Wir konnten hiermit auf jeden Fall ein paar richtig geile Runden erspielen. Sollte euch das Video gefallen, lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und damit viel Spaß mit dem Video. Anyways Jungs, Bolo Sense. Vertical 92, Horizontal auch 92 und dann ADS haben wir hier 58, dann haben wir hier beim 2.5 haben wir 117. Dann haben wir 118, 119 und da haben wir 162. Das ist krass. Erstes Match, Bolo Sense, Nighthame and Labs. Let's go. Ich muss sagen, es ist erstaunlich einfach, die Rikos zu halten. Andere Gerritsch. Das ist Windfast. Okay. Kleine Stun hier rein, Björnke, Alter. Okay, das steht auch keiner close. Ich glaube, jetzt Gerritsch. Da gehen wir strong. Das ist krass. Ein, das ist Island. Baubesitz. Zeit. Was ist der Wendet? Ah, ich wollte Zeit pushen. Aber da kam leider auch kein Call, wo der Bennett ist, ne? Bitte callen wir den Stipp. All die Jungs, nächste Runde, nächste Runde. So, jetzt kommt hier so ein C4 angeflogen. Kommt ein C4chen geflogen. Guck mal hier einfach. Fuck it, we ball, Bruder. Ich hoffe, er trickt das nicht. Bei den Künch rennen. All right, shout out. Bloß rechts ist der Bennett. Wie war das nicht auf dem Kopf? Ja, Bennett war nicht schuld. Das ist ein Banger-Schild hier. Fiege ich auch ganz anders, weil hier glaube ich doch nicht. Geh jetzt ein paar Küste, Ben. Ich sag, also, Recoil geht damit über krank, Alter. Ja, das auch gemacht. Ah, ich stehe meine Füße. Fuck. Ich weiß nicht, wie unten ist. Oh, doch. Haube hier oben. Right, shout out. Wir haben jetzt tatsächlich Primal. Könnt ihr Vertical spülen? Das durch Sehr schöner Call von ihm. Gut, gut, gut. Wann kommt nix Sense gar nicht. Aber du bist nicht meine Sense, bin auch Pro. Mario? Ich bin Spot by Scan. Oh shit. Spot by Scan. So geil hier. Nice und ich bin raus. Geil. Ich muss hier Bolo ehren mit dem Wontap. Es war kein richtiger Wontap Chat. Das war kein richtiger Wontap. Scheiße, Mann. Äh, EDs wurde EDs, I guess. Schade. Von Hisense nach Ultra-Laura ist ja geil. Äh, wie meinst du es? Hey, Bolo hat Hipfire langsamer als Shaiko. Da wird Shaiko im ADS halt langsamer. Wie gesagt, die Sense von Bolo ist im ADS schneller als hier von Shaiko. Im Hipfire ist Bolo deutlich langsamer. Oh, warte, wo liegt dann? Wo liegt dann? Ah, das wär so ein geiles C4-Angle jetzt hier gewesen. Ne, ihr könnt's euch nicht vorstellen. Nice. Chillt hier noch einer? Nein, die Kali. Kriegen wir die Kali, Chat? What the hell? Ah, der hat ja auf die ist geschossen. Was dat denn, Alter? Was dat denn? Einer ist noch Breach, rechte Seite. Kali, swingt jetzt so langsam. Nice, Dad. Die Kams checken hier, Chat. Kann ja ziemlich stark noch da sein. Ja, aber er ist auch immer noch. Immer noch da hinten. Swingt jetzt den Breach. Ah, macht die Kamek. Oh, wurde abgefangen. Das ist krass. Wir müssen nicht peeken, ne? Just saying. Das ist krass. Das ist... Huuu, nice shot, Alter. Freakle? Ist noch auf dem Roof. Oh, shit. Ich bin vielleicht ein Freakle. Sui, ich hab nen Dock. Mom, man. Ist mal Helung? Helung? Schaut up. Schaut up. Die Wanns. Okay, ich will hier nicht allzu lang bleiben. Weil Onside auf dem Spot hier chillen, ist wirklich Suicide. Oh, shit. Was macht er? Maybe Freakle, wenn die hier mich peekt. Ah, da weiß ich mein Crosshair Placement nicht. Fuck. Wir werfen ne Bombe nach oben. Da geht die Trap kaputt. Die sind insecure. Ich weiß nicht, wie du meinst. Ich krieg das. Auf Chilo Vanillo. W唔 nicht nichts. Pff. Mann, das ist OUTSIDE. Okay. Der Gegner callt mich gerade ein Autist, drohnt der am Kitchhminnow maybe? Ja, ja, aber weiss gar nicht raus. Ja, Ash. Was ist das? Ach so, hör mal. Einer Kitchhminnow und andere mal von oben. Komm schon, piek mich bevor es der Fuse tut. Wie kommt der denn innen, alter? Und der andere? Müsst weiter hinzuholen. Umgeballert, Junge! Wo ist der Defuser? Tschüss, Bro. Junge, Goyo ja überkrank, alter. Easy. Hä? You mean? You mean ECF? Und 3.3 noch hinterher. Hahaha, Junge, krass alter. So, 12, halb ist das 13, 12, 12. Und ADS machen wir 32. Wobei, wir können einfach den hier machen. 32. Wie gesagt, ich werde eh nur Holo spielen. Solus zockt der. Alright, dann check mir mal Solus aus. Wobei, den Recall werde ich mit der SMG vielleicht nicht halten können. Muss auch den Shikoskin spielen, den habe ich hier leider nicht. Ich habe den hier leider nicht. Nur für Main-Account. Schade eigentlich. Boah. Die pushen per Tick. Haben Haro gepusht dafür rein. Alleine ist das. Haro und Z-Kids. Trophy? Was? Er hat nur 10 AB verloren? Das ist krass. Ja. Oder wenn keine Crossers galten. Ist hier da in Füßen? Alles, gut. Oh, er schiebt, die werfen. Okay, ich bin noch ne Jäger. Ich spiele Shikos noch viel Jäger, Aschid. Ja okay, ich glaube Warden ist ein Pro League Actie noch valid. Weil er halt viel Jäger gespielt wird. Wenn du da so einen Demon hast, der nicht geflasht werden kann, Bro, das check ich dann schon ein bisschen. Du hast so einen unflashable Demon, der auch nicht abgesmoked werden kann. Was machst du? Weinen, Alter. Boah, ist ehrlich schwer. Diese Umstellung gerade von Polosense auf Desense, die ist schon ehrlich schwer. Schade. Die sind schon in, die sind in. Das war bei Scam, aber wegen dem Scam, aber... Die Dokkimi? Ah, der Blum, Blum. Immer noch da. Was, ist er zurückgelaufen? Höh? Das ist krass. Kommen die denn rein, ohne dass die Mira das sieht? War da keiner in einem Window? Das ist krass. Jo, meinst du das? Ey, Jungs. Ey, ist sauber, dass du da der Rotate hast, Bro. Hä? Bro, wir verlieren einfach den Take, den ich angecallt habe. Hä? Wir verlieren die Fans von dem Take, wo ich gecallt habe, dass die das machen. Ey, Jungs, ich habe euch doch gesagt, dass die das machen. Wo wart ihr denn? Turn of my mind. Jo, in, äh, glitch. Das ist krass. Oh, Bro, das ist sogar prepared. Das ist krass. What a shot. Alright, wir werden anscheinend übel aufgenommen. Jo, das ist GG. Aber ich sehe hier zwei potenzielle Subgifts vom Patty, vom Hattie Porra und von Celina Essex. Schaut um die. War die Mira ist in Big Tower oben. Das ist krass. Das ist ein Freak. Da war es das. Zwei Leute, Pillar, beide Pillar. Tschö, die. Die hat das so gefangen, Digga. Einfach einladen, Jungs, ich lade euch ein. Albers Scrim hier gerade. Geht, das wurde, das. Okay, gehen wir durch. Options. Er hat hier 63, 63, das ist krass. Dann hat er hier 37, 62 und 77. Hat aber einen anderen Muld, äh, Ding. Eine andere DP. Und zwar 1600, das ist krass. Das ist krass. 1600 DP, holy shit, das ist überschnell. Und dann noch, ähm, spielen wir auf 16, 10. Oh, schaut das so weird aus. Ist das wirklich 16, 10? Ne. Boah, ist mir ein bisschen, ich muss sagen, ist ein bisschen weird. Ist ein bisschen weird. Respekt, du Biber. Oder wir haben Spanien gekillt. Oh, eine repellt. Ja, was ist das? Oder was geht? Oh, shit, er hat einen Shotgun. Letztes Finkartner, Mann. Sehr geil. Bruder. Tag der Arbeit. Oder wie heißt das? Oh, shit. All right. Er ist mit der Drohne da entlang gefahren, aber mal schauen, ob er einen Spanby gesehen hat. Hallo. Anscheinend nicht. Ist er dumm. Er kommt definitiv was dumm aus aus Brübmannshausen, Jungs. Ey, er ist in, 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 Costa, Costa, plus. Guck mal hier hinter dir, Sami. Er ist interessiert, er nicht, Jungs. Bro, wo ist mein Team mit? Bro, er chillt im Basement. Was denn das hier, Alter? Er chillt einfach im Basement, das ist krass. Guck mal, die Gegner rushen aber halt ehrlich nur rein, ne? Trench, maybe? Ich glaube, Trench. Yellow. Oh, Mensch, was? Was ist bei mir? Bruder, Spanien ist einfach build different, bro. Ich sag's, wie es ist. Wait, Walter? Baby, einfach besser for real. Spanien ist einfach build different. Prefight alles. Rent rein, bis, bis zu dem Zeitpunkt, wo ein Gegner kommt. Oh mein Gott, der ist oft decreased, das. Oh mein Gott, er hält das schon die ganze Zeit, das ist krass. Unser Ace ist dead, kein Breach aufbekommen. Schade. Stick einfach, voila. Kommt zur Tür links. Tür links. Rehersenz spielst du, ich spiel' grad die von, äh, Spoilt. Thanks. Ich glaube, aber, weil er aber auch heiß ist. Bodo spielt keine Hisense, Spoilt spielt keine Hisense und Schalko spielt keine Hisense. Jungs, warum versteht ihr das Prinzip von Multiplayer nicht? Spoilt spielt keine Hisense, shit. Das hier ist, sagen wir, von der Schnelligkeit her ungefähr so wie, also vom Hüpfer her, fühlt sich's an, einen kleinen Tick schneller als die von Spoilt, naja, von, von Schalko, sorry. Aber mit der kann man schon gut zocken, so. Ich spiel' den Lockers. Muss ich's in, nur. Bruder, er macht da einen Razor, Alter. In die Side-Dronnen. Meinst du das, maybe? Close-French? Ja, das ist close-French hier und hier links. Ich kann bei einem kleineren Tisch deshalb auch höhere Senses spielen. Probier mal diese eine Mega-Highsense von einem asiatischen Spieler. Nee, Bro, von hier, wie heißt der, von Reeps, Bro, von Bleed? Weiß ich nicht. Das hab ich schon mal probiert, das ist mir viel, viel zu schnell. Also, um Welten, um Welten zu schnell. Das kracht ordentlich. Ist ne Welle-Sense. Okay. Der Jungs, ich cheater nicht. Das ist krass, Bruder. Das ist krass. Bro hat grad versucht, durch die Solid-Wall zu schießen. Ey, Bom. Wollen wir jetzt einfach viermal gestorben. Ja, ist drin, ist drin. Man, aber keiner auch Top-Green oder so, man. Wo sind denn alle, Bro? 90 drohend. Ist in 90 again. 90 drin. Kannst zappen. Bro, du Green. Selber Angle, selber Angle. Einer ist New Bridge, hinde ich, Bro. Eieieieieieieieiei. Jungs, das muss ich mir anschauen. Ihr seid doch alle irgendwie Emerald und Deer. Was ist denn das hier? Das ist Gameplay von irgendwelchen Silberatzen, was ich mir anschauen muss. Jungs, lass doch mal ein bisschen zamm hier. Was ist denn das? Ich wäre so mad auf den Mestro. Ja, Mestro hat das schon zweimal verkauft. Das ist das Ding hier irgendwie. Ich weiß auch noch nicht so ganz. Also Scrolla ist auf jeden Fall ein Gott im Verkauf und das steht fest. Bruder, jetzt haben die einen fucking Clash. Alter, das ist insane, das ist insane. Ich weiß auch, ich weiß auch. Weiß dein Boosting mit einem Cheater ist das. Die Clash ist vor mir. Jungs, hier ist keine Rotation, gar nichts. Kommt ihr mal ein bisschen followen hier? Einer, einer 90, der pusht top red und der andere ist ein Survey bei mir. Vor mir einer hier. Opfer, Junge. Jungs, einer muss top green halten, bitte. Es kann nicht sein, dass hier immer niemand das hier hält, ne? Also wirklich. Mit dem Hommel kommt was raus. Ich glaube, die Pinters ist hoch hinter dir. Oder so. Ist er schon close, oder was? Geht, control, geht, control. Ja, er ist schon close, er ist close an der Linkse. Ist das? Sauber. Oh, mit Cheats verlieren ist krass. Hahaha, Bruder, ist das krank. Ist das krank, Junge, ist das krank. Mit Cheats verlieren ist wirklich krank. Holy shit. So, Jungs. Ey, aber ich glaube, ich lasse es bei der Runde jetzt erstmal mit den Sense-Dingern. War übergeil. Ich glaube, wenn ich ein Raid, ähm, hier so Ranking abgeben würde. Bolo Sense, dann Spoil Sense und dann wahrscheinlich Schaiko Sense. Weil mit Schaiko überschwer. Ähm, weil ich keinen, ähm, A-Cock spielen kann. Ist ein bisschen Arsch. Ist wirklich ein bisschen Arsch. So, schauen wir uns mal den abgrundtief schlechten Spieler an.